Einen wunderschönen guten Tag! Herzlich willkommen zu Recap... ...Zesco, genau. Hi! Mit Pazak... Pazak, Dennis... Hi! Till... Hi! Nils! Ich hab's mir aufgeschrieben! Ich hab's mir aufgeschrieben oder was? Gut gemacht! Hier liegt echt ein Zettel neben meiner Tastatur! Wie hast du mich geschrieben? Mit 2 oder einem L? Till... Mit einem L, weil das so im Test steht! Oh, das ist gut! Geht ihr? Gehst du? Du gehst vor! Weißt es doch, kennst es doch! Egal welchen Lehrer, jeder Lehrer schreibt einfach Till mit 2 L auf, egal wie oft ich dem sage! Oh, einer Unspot! Zwei Unspot! Hey, das ist meiner! Planted jemand? Danke! Ja, ich bin, ne? Oh, ja! Yo, was geht? Er drückt 3 Header hintereinander! So runter! Das ist sein Ape! Klau ihm nicht sein Ape! Du musst auch schießen! 900 Spielstunden! Ist okay! Er war ihm 900 Spiel schon noch von unserem Rank, alter! Pssst! Hä? Was? Wann der hier? Ich weiß es nicht! Du sah aus wie Pit, also das ist so meine Erkenntnis! Ja, so ein bisschen! Alles klar! Glaub ich! Also hab ich gehört, dass man das Pit nennt, weiß ich genau! Kann man sagen, dass das nicht zu schlecht wird! Ähm... Hühnerstall ist das, glaub ich! Ein Construct in Sandkasten! Das war City! Richtig! Locker! Richtig! 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 Der ist jetzt erst ins Game gekommen! Da boi! Und drückt erstmal! Ja! Tut mir leid, ich hab ihn da drinnen! 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 Kein Problem! Das ist die Wahrheit! Genau! Mein McDonalds Moment! Lass mich gehen! Welcher McDonalds Moment, alter! Du gehst doch sowieso nur zu Burger King! Wir werden sterben! Oh! Ich bin überhaupt nicht blind! Hilfe Leute! Ja, ich bin blind! Nein! Ich guck hinten! Er ist rechts! Na links ist er weg! Nice! Achtung! Ich flasche durch! They watch me, girl! Äh... Oh fuck! They watch me in hand! Minus 42! Nein, steh ich nicht! Da ist so ein Pimmel! Da kann man sich raufgucken! Wo, 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 wo... Nein! Nein! N$1, er hat CT... Ja, ja! Ist okay! Ist okay! Er wusste es halt... Hättest rumziehen müssen alter! Rumziehen! ZHUUM! TAKSCHMACHEN den Kollegen! Genau! Nein? Noch nicht! Das war ein bisschen zu spät. Äh... Dann furschen! Ein Zugang fliegt. Let's go, my friend. A, B. Dennis, es wird sein, dass du keinen Kevlar hast. Ich hab Kevlar. Und dann kannst du dir auch 4 Granaten leisten und ne AK? Ja. Und ne Pistole. Ich hab nur ne Pistole und... Ich hab auch Pistole, AK und Kevlar. Aber wer war halt nicht drin? Wer? Orange passt Banane auf nicht, dass die vorpushen. Ja, mach ich. Lass die Bombe ruhig vorgehen, ist kein Problem. Ne, geh du ruhig. Alles klar. Was war denn das? Das hat ja perfekt übereingestimmt mit der... AWP auf Banane. Fuck, alter. Nicht einmal getroffen, alles klar. Bitte. Beweg dich am besten. Long floor. Nice, long down. Ich pass auf Apartments auf. Ey, warte, es kommt einer rein. Ach, er lässt sich eiskalt holen. Gut. Wir haben eine A, ne? Eine Action. Komm mit. Wir verpissen uns auf B. Wir haben noch lange Zeit, wir können so langsam schleichen. Ist richtig. Nicht steppen bitte. Oder du gehst auf A und machst Randale. Ist auch okay. Könnt noch einen Entenmorsch machen, eigentlich. Nanananananana. Nanananana. 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 Gut, da hätten wir das auch schonmal geklärt. Einer Mitte. Mitte, Mitte. Über Banane auf B. Komm, zie ihn aus, mach nackig. Hatt' ich vor. Musst du nur erstmal anschreiben und fragen. Kann einer anschreiben, ob er so nackig macht, bitte? Wir können halt nicht so gut schreiben. Ich muss sneaken. Check halt kein Ecken. Läuft. Alles klar. Läuft. Ja. Alles klar. Nein, nein, das sehe ich nicht ein. Ganz okay. Lass sich Overwatch-Sturm kümmern. Juckt mich nicht. Hacker oder? Ja. Lass sich Overwatch-Sturm kümmern. Ah, ein Russe. Ja, okay, der hackt hundertprozentig. Ein guter Russe, das gibt's nicht. Der muss hacken. Einen guten Russe gibt's nicht. Ich hab vorhin schon wieder 16, 14 verloren wegen drei Russen-Mates. Ganz richtig nach hier. Wir sind übel ausgerastet, hier unten. Warum glaub ich dir das? Der schießt mir mit Nacht auf. Der kommt vor, warum wir den Russe verloren haben, weil ich keine ABA hatte. Ah, ich lege. Action, einer. Ist das nicht schön? Ist drüben clear? Fick dich! Oh, gut, du hast mich gesaved, dich ruhig. So, drüben ist clear, ja, ich kann durch. Action, da ist einer immer noch. Quatt. Der saß im Scope. Da ist einer Pit, einer Pit, einer Pit, einer Pit. Warte. Ich geh versuchen den in den Action zu holen. Ich hab ne free ABA. For free. Ah, der Pit steht am K. Der Pit steht am K. Scheiße. Lass mal über CT zu, äh, zu B laufen. Ja, ganz kurz ruhig. Pit ist ja. Geh mit. Ich def hier. Oder def auch nicht, je nachdem. Nein, der letzte ist Pit. Also einer von den letzten beiden, sorry. Natürlich. Natürlich. Einer CT, einer CT, einer Pit. Kriegste? Hastste? Jawoll. Nimm die Bombe und geh. Hast die Bombe? Nimm die Bombe und geh. B auf B. Oder so. Also, das hab ich aber schon mal schneller gesehen, ja? Ja, komm, ich wollte safe spielen, ja? Hätte ich jetzt... Hätte ich jetzt... Richtig. Lieber langsam treffen, dann schnell daneben. Außerdem hat er sich nicht bewegt. Das war gut. Hast du den AK oder willst du ABA spielen? Äh, ich spiel mal eine Runde ABA. Okay. Dann hol ich vorerst ne AK und nimm mit an deine ABA. Richtig. Ja, aber... Come on, come on, let's go up here. Ich wollte safe spielen, reicht schon. Das sieht einfach so scheiße aus, wenn so ein Skin vollgepapptes mit solchen Holo-Stickern, ey. Alter, bin ich nur zu fett? Leck mich. Äh... Sieht richtig aus wie so ne Spiegel oder wo? Wie gesagt, ich will die Arme. Geht hier schon mal weiter. Hier geht dann die Bombe. Äh... Hier. Hm. Oh. Hier. Oh Gott, ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Gib. Gib. Ja komm, geh noch drauf. Oder was? Gehen wir zu W jetzt? Ja. Ja, filmativ. So. Warte, ich smoke. Spooled. Passt ja ne. Ist abgesmoked. Spooled ist gesmoked. Spooled ist gesmoked. Smoked mal einer CT, bitte. Ich hab keine. Ach, leg mich. Wo? Da. Hab ihn. Na f*** dich! Gut, dass du ihn hast. Geht weiter, ich hab Banane. Die beide guckt einfach nur CT, dann hab ich Banane. Abgeblendet. Wen geblendet? Instructions? Oder wo kommt der? Nee, das war meine vielleicht. Keine Ahnung. Achso. Also Banane ist clear. Ja, das ist doch schön. Äh, weißt? Constructions? Der ist bei dir in den rein. Ne ist er nicht. Meiner, 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 meiner. Oh. Jo. Oh, da hat er aber gegeben. Jo, geh uns gut. Alles klar, natürlich 96. Da hat noch 4 HP. Smacken dir. Nice. Jawoll. Langsam und safe. Du bist tot. Tot. Ich geh noch drauf. Willst du nur aufharm? Nö, ich kann mir selbst holen. Oder habt ihr einen jetzt schon gekauft? Nö, nö. Doch. Ja, wir haben eine A. Ich hab eine, aber... Ich will keine, wenn schon einer eine hat. Das ist bei Inferno nicht so cool. Kann man bei Dustin oder so machen. Ich weiß, wir hatten einmal 5 A und gewonnen. Aber das ist das. A? Lass A. Lass A. Ich würde gehen mal A. Die Cards kommen aber rechtzeitig. Ja, ich weiß. So ungefähr. Oh, nice. Ich muss schon scheiße, wenn du siehst, dass einer pusht. Nö, das Ding. Alter. Staub doch einfach ab. Ist okay. Okay, reicht. Ich flech dich raus. Banane push, Banane push. Gut. Hier ist nix. Ich lege. Oh, okay. Okay. Ich hab's nicht geschafft. Ninja Plant. Ninja Plant. Ninja Plant. Ich bin nach der Runde erst für zwei oder drei Runden afghane. Kein Problem. In-Game. Gut. Also In-Game-Runden oder Spiel-Runden nicht? Ich denk mal In-Game. Wir sind jetzt Runde 24, äh 24 haben wir noch. Runde 6, nicht das Runde 7 und 8 afghane ist. Oder meinst allgemein Spiel-Runden? Ja, 7 und 8 denke ich mal. Ich glaub du hast ihn grad verloren. Einer ist durch, einer ist durch. Entweder pusht der oder er ist Darkrun. Ne, hier ist ne Stunden. Dann ist der Darkrun. Ja. Weil sonst den Locken sind. Ich hab's vergessen. Kannst also schon mal pre-fined rein rein, wenn du willst. Granade! Was? Ich blöcke die Dings ab, ne? Oder geht's? Aaaaaaah! Was, besser. Ich dre... Granade! Und tschüss! Die Granate lag genau unter seinem Fuß. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh! Oh, ich hab noch 4 HP! Jo, das Blut! Was los? Landet mal! Die ganze Wand ist voll! Äh... Was ist Flasch? Ah, fuck! Die Flasch sollte eigentlich mein... Da ist noch einer Apps irgendwo drinne. Äh, Apps, Apps, hinter dir, hinter dir! Fata Morgana! Fanta! Fanta! Äh, da geht Hausmeister raus. Fanta! 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 Lang! Lang! Ja! Schöne Sache! Nice! Fanta! Fanta! Du musst den Tiefbecken! Ja! Achso! Braucht jemand was? Ja! Und stell mich dann hinten in der Ecke! Hä? Ja! Hab ich jetzt auch! BG meine Witz! Nö, da spiel ich mir mal drauf! Letzte Runde, nächste Runde bin ich wieder auf! Mit der Aqua nicht so gut! Ja! Denk ich, also Youtube! So, also, bis gleich! Jo! Bis gleich! Erstmal BG, würd ich sagen! Ja, irgendwas Langsames! Also zumindest nicht raufrushen! Und du sollst mit der Womme nicht so unbedingt fahren! Wirst du langsamer mit spielen, desto mehr Chance haben wir, dass er wieder da ist! Ja! Hier ist nix! Oh, hallo Leute! Renate! 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 I am throwing a grenade! Direkt Shot! Äh... Banane! Guck für die Sandbox! Snakes! Gut! Ich cover hinten! Wie die Smoke! Blau kommt, komm her! Okay, komm durch! Danke! Komm, ich cover hier! Blau! Kabel, komm her! Ja! Oh Gott! Renate, ich krieg's! Construction, ja! Construction! Oh, fuck, was soll denn das? Den krieg ich unter der Smoke durch, warte! Komm bitte! Oh, wieso geht die Smoke weg? Ich erinnere, irgendwo eine! Äh, natürlich nicht! Ich krieg's ne Molly, das war's! Die könnten über die Ziele kommen! Aber der ist Construction! Banane kommt nix! Bis jetzt! Construction! Anfangen kommen! Abhinn! So, ist nicht der letzte! Du hast Banane? Dann guck ich City! Ich guck, Construction! Gut! Ich guck! Bleib da! Ah, alles klar! Der Spools! Okay! Push Brunnen! Okay! Nice! Schöne Sache! Schööön! Schööön! Der Tickel! das ist also der russe ok 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 naja der russe eben haben wir drei Leute von denen Putin als Bild oder wäre es das? das ist für eine fette... ne der... da ist glaube ich nicht einmal Putin dabei alter ich weiß nicht wie Putin aussieht was? das hilft mich doch nicht wie die Sau aussieht nehmt mal die Bombe mit bitte ja, hol ich ja, hat funktioniert oh, oh, hast du gerade geübt ich habe heimlich geübt, ja, ja oh, der hat gefressen, ja, ging ans Kau wie schlecht, muss man dir mal lassen die kriege ich nicht hin, ja was denn? einer, äh, Berkney, Berkney oben oh, eine Mitte Arfe Mitte, links Berkney Stone hab ich gehört der hat eine Arfe gehabt, die wir nicht haben dann nimm aber gut hatte ich vor ok das ist nur noch einer ich habe richtige Probleme, auf diesen scheiß Heuwagen zu kommen Messer äh, um von Heuwagen auf Berkney zu kommen planten ja, ich wollte es mal mit abdecken, weil du es ja nicht getan hast ja, ist ok, ich habe Spots schon mal abgesucht für dich danke bitte ade man da liegt ne, liegen zwei AWP's in, äh, Boiler oh nice warte, ich, ich save dich eskorte nein, geh weg achso da liegt nur eine AWP, das ist anders, ne äh, die andere liegt dann oben in, apps wo war der in, 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 keine Ahnung ich habe nicht geschossen ich habe nicht schlungen ich war gerade steps cd war apps worte das ist das ich hatte okay so langsam dürft ihr euch zurück ich bin schon bei meinem teammate gleich das chicken ist tot weiß blumen ich hasse blumen hat 16 kabel nicht droppen vater hat der morgana hallo also zumindest nicht dass ich wüsste ja da würde die bombe mit der zeit einfach fallen lassen oder lässt sich einfach so ich smoke spools alter yo minus 61 du bist allein warum haben wir ein bot das gibt es mittlerweile ja schon lange ob ich was verpasst na dann warten wir mal sag mal lebst du in nem mond wo kommt einer da kommen sogar zwei ist noch einer second oh scheiße brauchst du uns nicht callen wir sind nicht mehr da das ist richtig das ist aber nett von dem bin ich nicht so nett nicht schön ich hab Angst wir brauchen fahrschuhmusik wir brauchen keine musik sei ruhig ja spring noch mehr ist ok wow wir sind sie daneben wir sind sie daneben wir sind sie daneben vor allem der drückt mit dem instant header das finde ich ganz nice kann man mal machen ja mit 900 spielstunden darf man das glaube ich ey ey passack 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 jetzt auf ey 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 ich glaub er hat auf ich glaub er hat auf bot bot hat aber keiner lass ihn mal kicken drop mal was bot go bob homo 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 ja ok fuck off ich hätte den bot mal was hinlegen können oder dann hätte ich es deswegen auch nehmen können wenn ich den bot übernehme oder einer von euch wir warten jetzt hier ok ähm ich hab nicht gesagt komm schon gerade runter ja ich kann mich mal falsch in der Mitte also aber ich kann sagen geht mal über die Sack lass A gehen go with fire olé da hat einer hin der ist so was von tot der hat ne piste und ne arme rechts hast du hast du banane 1 mit 5 pp circa oloxi ist gerade online gekommen wow ja klein oloxi kann eh nix ist richtig dauerung wo bei oloxi nicht dabei ist ooooh hab ein mitte 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 ok jaa ja ist ok ich bleib jetzt einfach hier wahrscheinlich so ein oloxi ich fühl mich hier gerade ohne ist das so mhm oh fuck alter minus 27 auf short gut sehr lust einer längst hinter dir alter ist vor mir vor geht doch einfach deine reaktionszeit ey wie ne kartoffel ehrlich oder der ist top mit in die fresse das sind noch zwei falls das wissen natürlich der drückt ja in den stund in die fresse ist was auch immer das zz bedeutet echt da durch easy ja was soll ich machen hab's vergessen immer noch top mit safe einfach hab dich da auch oder so eben ach so easy ja das wäre lustig ja das wäre jetzt lustig Aber er ist schon wieder gejognt, auf jeden Fall. Boah, f***ing geflasht. Kratzer. Robert, Kau irgendwo. Mann, ich bin nur geflasht, bitch. Ich bin wirklich schwer in den Haaren. Hallo. Aua. Ist ja nur nicht so als... Aua. Alter. Ich hab 34 HP. 98. Okay. Oh f***. Sorry. Hab ich verkackt. Nochmal. Fuck off, alter. Darf ich dir den Hinterkopf schießen? Richtige Antiné. Lass mal auf A gehen. Bisschen schneller, eine Minute. Alter, was er macht. Ich gehöre zumindest nicht vor. Ich geh über Apps. Glaub ich. Ich guck mal auf B. Oh cool, launch dir einer. Hast du gut gemacht. Ich bin schon im Teppich. Ich bin schon im Teppich. Geil. F***. Oben Apps. Hockt jetzt Balcony. Minus 27. Ist down. Bombe liegt oben in Apps drin. Pasak, holt Bombe. War zumindest mein Plan. Havory. Scheiße. Wow. Schön. Schön. Oh shit. Ist der letzte. Scheiße. Eine Ahnung. Lander einfach mal. Mein Mate ist immer noch da oben drin. Scheiße. Ah, war die Mitte. Warte, wieder lautstärker. Jetzt tut mein Ohr gleich wieder weh. Brenn. Brenn. Brenn doch. Safe. Schön. Eider voll in den Arsch, man. Das ist irgendwie. Was kann ich vielleicht machen? Schön. Du magst mir doch sicher in der AK droppen. Aber gern doch. Ich stehe hinter dir. Wer ist denn jetzt hier gejoint? Wo bist du denn? Ja. Äh, wir sind grad in game. Ich move dich mal kurz raus. Chris. Wer war denn das, Alter? Ist ja nicht so, als sind wir hier in der Aufnahme oder so. Wer war denn das? Ja, sie. So, die kommt rein und macht ja. Wieso geh ich nicht mit? Ich hab da Arbeit. Ich kann grad nicht aufwachen. TS sagt, ich soll aufwachen. Sange stoppst du. Hey, wake up. Alter, steht der in der Mitte hinten an der Bench? Nee, egal. Ich stell mich kurz hier auf. Ich war nicht mal drauf. Ja, hab ich den getroffen. Find ich nice. Der ist durch mein Fadenplatz gelaufen. Ich drück viel zu spät ab. Aber ich hab ihn trotzdem getroffen. Danke, CSGO. Bitte CSGO. Was? Was? Ey, ihr sollt jetzt hier nicht einschlafen, nur weil da jetzt einer Bench stand. Raus. Ab dafür. Ich mein, ich war zwar auf Kaber. So ein Bixer, so ein Bixer. Ab dafür. Wo denn? Sag noch im Darm. Nice. Aua. Hallo. Aua. Hallo. Aua. Hätte ja funktionieren können. Ist das so? Fick dich. Das wär mein Hans Entertainment Moment gewesen. Ach ne, warte. Oh, Junge. Jetzt wirst du nicht mehr geliebt auf Youtube. Jetzt wissen alle, dass du Weihnachtsmann nicht mehr geliebt. Nur wegen mir. Oh shit. Du hast einen Akaben am Ding. Let's go. Drops an diejenigen, die immer noch unter ihm sind, obwohl er vier Runde AFK war. Hey. Hau. Let's go. Ja, ich hab die Bauer auf. Ah shit. Danke, danke, dein. Danke, danke, dein. Das Game ist an die vorbei, Leute. Das Game ist an die vorbei. Peak, peak. 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 Peak dich. Ist das so? Ja, entweder Ausmeister oder Action. Ja, der ist down. Hausmeister. Oh man. Ich sehe seine Waffe kurz vorblitze. Ich hab' drauf, dass er rumkommt. Nein, ist das. auch so ist ja ja sorry habe irgendwen rücken geschossen die keiner send weg schickt warum ja die flash war gut von b kann er nicht kommen ist richtig so voll voll bei bitte kevlar erneuern warte auto tucker wo ist mein auto ist du eigentlich behindert nein jetzt hast du diegel dabei meine diegel wieso kommt nichts mit wenn ich das auto hat das ist unfair weiss nicht weil du scheiß bist ich bin in autos ich bin in autos ich bin in autos fuck hier kommt was in die mitte oder was aber nicht zu mir der steht auf lang ich bin aber zu nicht rassistisch nur weil ich anders bin wo war der? long oder? long war der long oder long? ist das der der ernstes mal sagen sehr ruhig ich kann nicht spraypattern oder zu boah kommt der da genau mit raus warte 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 habe ich ange שא� weg mach mal und was ist komme ab Geist zu 幕